3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 7. 8. Yeah, der neue Shit ist das, World Pumping Dice, der geile Scheisse ist da, für euch, hey yo, alle sind froh, P27, wieder am, hey, 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 yes sir, reprisen, aber natürlich. Wir kommen einfach, wir sind pure, wir sind real, wir spielen keine Games, wir sind 1-2-1. Wir sind ehrlich, wir sind gerade, wir sind frontal, wir sind kollisionsbehaftet, first front collision, first frontless selfies, wenn es so ein Fall fällt und sagt, dass man denkt, ey, schiesse, was man sagt. Auf was man sagt. Schau euch das, der Butter-Push. Ardy! Woooo, yeah, what funky! Das ist das! Ihr verdammte Scheisse! Was die heutige Zeit braucht, der braucht, der braucht, der braucht, der brü-blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Yo, check the anime too, check the world. Hey, hey, yeah, world guy, scheisse. And rap, drop it. Voll, world, scheisse. Die erste Künstler am politischen. I love Kate. I love Kate. Drei, und jetzt können wir schon die ersten Artists. Drei, wir schon. So ein Fett, um es zu checken. Yeah, wir können mal den Fett checken. Sehen Sie aus. Mit Tantenlöchelis. Getschen. Mal jetzt, wo die Hand weinen. TV. Die Hand weinen. Ja, ich habe mich so total falsch. Ich habe mir auch mal den Fett. Ich weiss nicht, Mann. Wie ein Sky-Bunde. Ich bin krank. Ich weiss nicht. Tanz, ganz, langs, arms. Tanz, ganz, langs, arms. Pst. 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 Also es ist wie ein Furz. Zuerst passiert es. Und nachher werden die Sons freigesetzt. Und nachher werden die Sons freigeschauen. Sie leben! Schau mal, du weisst mal was, es war wirklich interessant. Stinklangweilig geschnurren von irgendwelchen Rapknüllen. Ich halte es nicht mehr aus. Es bleibt rasant dynamisch. Äh, Männle! Aber ähm... Aaaaaaah! Ich warte auf eure Fragen. Yeah, unser neuer Shit ist... Unser neuer Shit ist aus. Vorab unsere Scheisse ist am Dampfen. Ich warte auf weitere Fragen. Nein, bei uns gibt es keine Abenteuer mehr. Ähm... Das Leben geht vorwärts. Wir machen unsere Musik, haben Spass und... That's it? Hey, hey, du Dreckensal! Die Rappers sind einfach geil. Ja, du Dreckensal! Haben es geschafft! Ja! 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 Jetzt geh ich von dem Lager und mich gut sie gehen. Wie bohrst du rein? Ja! Hey, der Mic ist da! Da wird's Payback! Das ist Wunder! Playback! Playback! In der Mühle! Das ist kein Playback, das sind wir! Scheiss nicht mehr da! Ja, gewollt mehr! Kein Bescheiss, Jacke! Außerhalb des Bildschirms scheissegal! Das ist eine Idee! Ja, was ist denn? Ich habe einen Gartenpum! Geh's mal! Ja, das Geld! Meine Frage an den P27, eine Band ohne Erfolg, eine Band ohne Höhenflüge. Wieso ist das Jahr 2007 so etwas für traurig von euch verlaufen? Und wieso haben wir am JGF so einen Scheiss-Gig hergelegt? Ja, das ist doch mehr Peperwurst! Ja, das ist doch mehr alles Peperwurst! Ja, aber der Gig war scheisse! Die Musik war absolut bei uns! Das war wegen der Funkmix im Funkmix! Ich rede nicht vom JGF, oder? Die Kupple war oben bei uns! Bro, won't you come up and show me love? Nein! Schalt! Schalt! Schalt die Pesinosohn! Pesinosohn sei eine lustvolle, nostalgische Begegnung! Lächle Alarm! Lächle Alarm! Die ist einfach hängen geblieben! Oh, zum Mutti! Baby, he likes it raw! Yeah, baby, he likes it raw! Wirklich? Na du schaffst dann der? Ja! Der macht ihren besten Dienst? Ja! Bullenstress! Es wird von Rock, zu Pop, zu Jazz, zu Hip, zu Hop, zu Trip, zu Flop kommen! Gehnt euch, checket den Sound, ticket mit uns, gehn uns Liebe, wir gehn euch eine Liebe! Yeah! Word! So, ich habe jetzt vor 20 Jahren das erste Mal angefangen mit Hip-Hop, über Breakdance. O-F-iee! O, yaaah ! Ack, die haben ze Aas abgesticker na Analatgeonadala! Was, ich habe, noch überhaupt nach Nas schreiben? Huch huch huch! Moch Fine! Mcommen gön gehört weiter, komm met mit uns! Oh, ist das langweilig! Ah! Dey, dey, dey! Das so hat es gar keinen Wert. Was ist? So ist es. Das sind dann 1 Dezibel pro Person, das waren 100 dB. Das ist ja übelst. 110, 115. Es ist gut, einen guten Background zu haben. Professionelle Leute im Hintergrund, die da sind. Falls etwas passiert. Gehen, gehen, gehen. Zwei alte Rap-Veteraden. Wir hatten diese kleine Kostprobe früher gekönnen. Wahnsinn, wahnsinn, ein Skullab da oben. Scale Productions, hier in der Scale Studios. Viele von Gnüge wünschen euch. Droni Poponi. Komm mal aus der Seite der Camp und Caps. Ah, ja. Warte, werde ich fragen. Ein Junge. Ich bin schon trau. Das ist gut. Yo, wassa, yo, wassa, 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 wassa. Scheiss, du lügst. Ja, wie der Mike gesagt hat. Wie der Droni gesagt hat, werden wir viel unterwegs sein. Und wir werden aufs Ende unserer Tournee, werden wir auf Basel kommen. Wir werden spielen im You Good You Festival. Von dem her unbedingt. Kommt. Checket uns aus. Gebt uns eure Liebe. So, wir haben langsam genüge Rap gehört. Rap ist eh Scheissdreck. Wir gehen wieder zurück ins Studio. Es reicht jetzt. Genüge von diesen alten Sacken. Ich muss das Knöppchen finden. Ich gebe Druck. Schöner zusammen. Zollt haben wir um Pace. Und Tschüss. Ben, Bom, Bom, Bom 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 compatible. Ich bin jetzt doch okay. enferualist Begr serviert hin". Ich bin jetzt doch fast aufen. Ich bin jetzt doch krank. Ich bin jetzt doch mal. Ich bin jetzt doch glaub ich besser, es Carl. Ich bin auf den incorporaten. Ich bin jetzt dringend und하다. Ich baute mich des Nuss soldiers. Untertitelung ist, falls dieichts der Ma lifavn 12. Vielen Dank.